ja und herzlich willkommen zurück bei der es wird schon mal was man ist mit Elien guten Tag und Mike ich bin erklärt und ich schniefe oder irgendwie komisch anhöre oder so keine Ahnung das haben wir schon gemacht volles Verständnis und auch hier mit der Truhe nicht wundern wir haben sie sind hier auf dem Server die Tour ist dazu da da haben wir jetzt während wir das Let's Play aufgenommen haben und wenn wir das Mike Beef aufgenommen haben haben wir dort Dales Inventar reingepackt dafür steht die da eigentlich jetzt auch komplett leer Meier war mein Inventar war alles am Spawn dieser Map und ja cool und dann geht's auch schon mit dem ersten Falleanbrüchen los okay ich würde sagen wir machen weiter keine Ahnung was wir noch wo wir waren oder so hast du schon mal alle Öfen hier durchgeguckt ob da irgendwas drin ist ich glaube wir waren jetzt mal einfach in den Raum gekommen und haben nix mehr äh guck und hat dann nix mehr gemacht okay ich guck grad mal hey wie hat der gemacht dass die alle brennen die brennen auch bei dir oder? ja okay hier ist noch ne Truhe so nirgendwo was dann äh hier ist ne Truhe ne? was weißt du? nirgendwo was kann ich denn hier mal Pilzuppe will ich haben das ist natürlich brauche ich eh nicht mehr ne ein Brunner lass ich die noch so äh weizen hätten wir dann gab es ein Steck das Gras braucht doch keiner und den Rest lass ich die erstmal so ja aber was müssen wir hier jetzt machen ich spiel mal da hoch aber ich glaub da ist nix ne hier ist auch nix ich glaub das sollte man irgendwie wegbrennen und dann muss man fangen wir hier her ja äh ich hab auch irgendwie genug ja äh ich wundern die noch gar wohin müssen das geht sehr gut los ja mhm warte 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 äh ich muss noch ganz kurz ne Software öffnen das muss ich mir eben kurz tun und ich wurde angeschrieben hier jetzt öffnet er das nicht wieder aus das ist das hier so Software ich wurde grad nur im LL ein Game eingeladen hier aber ne wir nehmen jetzt auf äh wo bist du ach so ich bin wieder da hinten gewesen ach so ja ja wir auch schon aber ich weiß nicht ich verstehe warte wer steht denn hier vorne der Kurs kann die Kammer runter waren wir da schon? Moment äh fast um Aufnahmen ok ähm humm mh 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 m und ich hab keinen Plan, wo wir lang müssen. Wir können noch nicht mehr ins Let's Play gucken von Sun Bay, weil soweit hat er die mit nicht gespielt. Das ist schlecht. Das heißt, wir können auch nicht mehr irgendwie gucken, wo wir jetzt lang müssen. Ich schau mich mal lang, aber ich glaub, das hätten wir auch schon gemacht. Och, ich hab grad... Vor allem, wo sollen wir da hinkommen? Ja, das ist die nächste Frage. Hier ist nirgends irgendetwas. Vor allem, wo sollen wir da von hier aus hin? Jo, und das kann man von puren aus. Ich kann auch so hin. Hm, hm. Öhh. Öhh. Scheiße. Öhh. Was, wenn wir noch weiter zurückgehen hier? Sind wir hier, wo du mal gesch... Achso, hast du eben gemacht, glaub ich. Lol, woher kommt das ganze Wasser hier? Welches Wasser? Ja. Moment, ich komm, ich bin... Ich glaub... Warte mal, ein Quatsch. Welches Wasser meinst du? Ich glaube, in der Eiswelt, also... Ist irgendwie so ein bisschen viel... Au. Ja. Hier ist doch nur das eine. Äh. Äh. Ich muss mit ihm ganz kurz... Wo ist es denn? Ich guck mal ganz kurz in die letzte Aufnahme. Wenn nicht, die noch scheiße haben wir natürlich nicht. Äh. Das hab ich gelöscht damit die Spanierplätze. Ja. Na komm, wenn das ja... Die erste Aufnahme ist ja... Die nächste Folge... Microsoft Beef hat jetzt 100 Gigabyte... Besetzt. Also eine 50, glaub ich sogar. So ein bisschen in Überlänge. So... Die geht alle 50 Minuten. Achso. Ich bin grad mal rausgerannt und guck hier nochmal was da. Ähm. Guck mal hier wieder hoch, ja. Guck mal. Wiese in der Bibliothek. Creeper Section. Äh. Boah. Ich glaub hier waren wir... Äh. Das ist hier gerade. Okay. Hier hat sich versetzt. Äh. 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 Chestknochen. Äh. 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 Du bist grad so schweigend. Was? Was? Naja ich versuche einfach mal irgendwie ein Ausweg aber... Äh. 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 Ja das ist... Guck mal nicht hin und da steht da hard to reach. Äh. 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 Hier kommt man nicht hin. Hier kommt man nicht hin. doch hier ist es drauf der preis hatte jetzt haben wir ein schaf irgendwo ich kann nicht rauskommen verzauberter bogen den nehm ich natürlich mit ne karte brauche ich nicht hast du bei dir grad irgendwas gehört nö boah was ist das denn das ist nur der gleiche raum von oben nur unter wasser irgendwie ähm Scheiße. Ha. Ich habe gerade einen Schalter betätigt. Ja. Ich habe nicht gehört, wo viel er ist. Und hier gehe ich glaube ich drauf, wenn ich jetzt los springe. Doch nicht. Cheater. Ich habe mich gerade selber eingesperrt. Ich habe mich gerade gesehen. Ich habe mich gerade gesehen. Ja, ich habe mich gerade gesehen. Jetzt habe ich es in Ordnung. Ich habe es geschafft. Ich habe es in Ordnung. was bringt er schalte ich ihm betätigt ich dachte wär's da irgendwo drin da hinten stand ich auf so einem äh so einem Schalter und dann war da so 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 hast du dich hier rein gesperrt? ja das ist die Idioten Falle das weißt du ne? ja ich weiß ich stehe ich hab wollten einfach nur gucken weil ich erst so drauf stand ich stehe ich dann so äh ich stand draußen noch also ich stehe ich war noch nicht drin da ich so auch können wir noch mal rein ahm und die die äh die Entschüssigkeit kaputt gemacht ne? ja ich hab Gottmann die kommt man nicht rein das ist so schlauch hm da hinten war nichts äh also zumindest hab ich nichts gefunden weil hier waren wir auch schon drin ne? ja das ist der Alter ich hab letztes auf dem Team Fortress Server gespielt ne? mhm da wurde jetzt nur aus der Steam Gruppe hinzugefügt jetzt sind alle fünf Sekunden ein Event mhm ich kann mir noch rüberschappen wenn man nicht leckt ja warte mal wo hast du den Schalter betätigt? äh warte ich komm wo müssen du? sollt ihr nochmal betätigen? ja mach mal ja moment muss ich kurz laufen so äh hier ne es war falsch das fand ich nicht hier unten war der der nicht meinte hier ich hab gerade ne? ach so ja dann ist es nicht äh ich dachte ich hätte was gefunden warst du in diesem blauen Schlafraum oder was das ist? mhm oh die Kuchen darf man glaub ich nicht essen hey waren wir schon dran? ja? ja warte guck mal der Kuchen hier der angegessen ist ne? das warst du auf der anderen Seite der unten da war der da weiß ich dass ich das war ja eben aber den hast du hier angegessen? wo ist das äh letztes Mal da man cool cool ja eigentlich nicht so cool wenn man drauf rumspielen he? raum rumsprechen nicht irgendwie truhe hier ist mal so auf komm schon da oben waren wir auch schon dann da oben waren wir auch schon dann äh 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 ja kann bleiben wir jetzt jetzt oh warte warte wenn wir hier jetzt wieder hoch gehen waren wir schon auf diesem Baum da? welcher Baum? ja er 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 das ist da sind wir reingangen hier waren wir glaub ich auch schon ja hier waren wir auch schon hier oben hattest du es kaputt gemacht hast du dich auch so ein Map gebaut? er 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 lang alt Ler er 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 einen Er emergen das muci Nein, ich bin so schlau. Warte, hast du im Laufe dessen irgendwie ein Knopf gekriegt? Oh, ich hab keine mit Metall an. Was wartest du über den Knopf hans? Da unten war irgendeine Statue. Oh, ich bin so schlau. Oh. Ich bin jetzt hier bei dir. Hm. Ja. Okay. Ich schaue einmal durch. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Dann soll ich vielleicht nochmal alles durchsuchen, ob hier noch irgendwo ein Knopf oder ein Schalter ist. Vielleicht in der Falle sind wir mal? Nein. Hast du das hier kaputt gemacht oder ist aus dem Spoiler? Nicht kaputt zu tun. Ah, genau. Ich glaub. Achso, nicht wundern, wenn ich zwischendurch was nicht, äh, nicht rede, dann esse ich grad was ich erst gar noch haben und nebenbei. Achso. Ähm, so ganz zufällig hab ich nen Knopf gefunden. 3 1 ein 1 1 Er A 1 0 0 0 0